Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren beim letzten Mal hier und haben einiges erlebt. Wir waren im Keller, haben Dr. Kirk gesehen. Wir haben ihn gefangen. Die Leute sind jetzt da beim Heliport. Und ja, wir sind einem T-Lex begegnet. Haben unseren Heli-Menschen angefunkt, dass wir jetzt hier raus können. Dass er uns abholen soll, hier am Heliport von diesem ganzen Gebäude mal wegzukommen. Und ja, jetzt sind wir hier am Heliport, es ist gerade ziemlich hektisch. Und ich würde sagen, machen wir das mal. So, da ist erstmal eine Leiter, gehen wir mal hoch. Hektik, ey. So, dann war hier nichts drin. Was? Eine Lüftungsanlage, die das Klima im Hangar angenehm und gleichmäßig macht. Ja, Regina, ne? Und? Schaut mal da. Ein Rätsel. Genau, Leute, ein Rätsel. Wir müssen gleich Kisten verschieben, um auf diese Seite hier zu kommen. Heliport. Und? Schaut mal da. Granatenpistole. Eine kleine Granatenpistole von Heckler und Koch. Wir haben einen Granatenwerfer. 40 mm mm HK. Granatenpistole. Granaten und Hitzepunition sind nassbar. Oh mein Gott, ey. Akten und diverse Aufzeichnungen über den Zustand des Materialmanagements. Wir haben einen Granatenwerfer. Oh mein Gott. Was ist das hier? Granaten. Ein Explosivgeschoss führt eine Granatenpistole. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Wir haben eine Granatenpistole. Schaut euch das Ding an. Boah, Granatenwerfer hier. Aber erstmal nicht benutzen, Leute. Werde ich erstmal nicht brauchen. Giftpfeile habe ich zwei Stück. Gut. Wir haben einen Granatenwerfer. Also wir werden wieder auf irgendwas vorbereitet. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das Spiel hier vorbei ist. Ganz ehrlich. Ne, es ist nicht vorbei. Aha. Ich weiß es nicht. Ne, ich glaube nicht. Gut, liebe Leute. Dann müssen wir jetzt hier Kisten schieben. Und zwar. Hier gibt es eine spezielle Reihenfolge, die man beachten muss, weil man kann vorne nicht durch dieses Gitter sich quetschen. Das geht nicht, Leute. Und zwar ein sehr schwerer Eisencontainer. Wenn er kleiner und aus Holz wäre, könnte ich ihn sicher bewegen. Aber die Teile hier können wir bewegen. Schaut mal. Wir verschieben die Kisten. Und zwar müssen wir es in der richtigen Reihenfolge machen, weil sonst können wir es nicht. Sonst kommen wir nicht durch. So, Leute. Schaut mal hier. Wir müssen uns echt hier durchzwängen. Und wir sehen jetzt hier, wir müssen unten rechts zu dem Metallboden. So, weil der Weg davor ist abgesperrt. Wir können jede Kiste nur einmal bewegen. Das heißt, wir müssen diese Kiste nach rechts, die da drunter nach unten. Mache ich erst mal. Komm, Regina, mach es. So. Leute. Weil es gibt nämlich nur eine Lösung in diesem Puzzle. Und, ähm, ja, also ich will halt nicht drüber springen. Wir müssen es halt schieben. Ne? Das ist es halt. Ich weiß nicht, warum. So voll die Panik und so. Wir wollen hier raus. Aber nö. Erst mal in Ruhe Kisten schieben. Das ist doch bescheuert. Aber gut. So, dann haben wir jetzt zwei Kisten. Und zwar müssen wir die untere zuerst schieben. So. Boah, die Bocke, die macht einen schon himmelig, ey. So, liebe Leute. Okay. Dann haben wir die geschoben. Und dann können wir die jetzt nach oben schieben. Und dann haben wir uns einen Weg hier durchgebahnt. Sehr schön. Alles klar, liebe Leute. Ja, Regina, du könntest eigentlich auch schon aufhören. Aber nein, du musst es natürlich genau passend machen. Gut, Leute, wir können zum Heliport. Oh mein Gott. Oh, Moment. Da ist noch eine Kiste. Was haben wir da? Noch mehr Granaten. Geil. So, okay. Okay, was haben wir hier? Wartungswerkzeug, das im Hangar benutzt wird. Einen Gabelstapler, den brauchst du nicht. Okay. Na gut. Leute. Dann würde ich sagen, auf zum Heliport. So, Leute. Haben wir es jetzt geschafft? Oder haben wir es jetzt nicht geschafft? Lass euch überraschen. Okay, Regina? Wo ist Gail? Ich weiß nicht. Ich habe noch ein Wort von ihm gehört. Was macht er da? Oh, die Szenen ist aber verbuggt. Tut mir leid, Leute. Endlich. Du weißt, ich hatte eine wirklich schlechte Gefühle über diese Mission. All die Dinge, es könnte viel schlimmer gewesen sein. Ach, dieser scheiß T-Rex, Leute. Ey, ehrlich. Leute, dieser scheiß T-Rex. Ich hasse ihn mehr und mehr. Mein Gott, was willst du noch alles kaputt machen? Was willst du noch alles kaputt machen, du blödes Ding, ey? Der hat uns den Hufschrauber platt gemacht. Das heißt, wir können nicht hier weg. Oh mein Gott, da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Medizin M. Ja. Und raus, Regina. Komm, raus da. Von dem müssen wir jetzt einfach nur abhauen, Leute. Granatenschießen bringt doch nichts. Oh Gott, Leute. Dieser blöde T-Rex. Der hat uns... Der macht uns nur Probleme. Ist abgeschlossen. Der macht uns nur Probleme. Ach du Scheiße. Okay, steh auf, steh auf. Boah, schaut euch dieses Riesenvieh an. Oh Gott. Da ist ein Aufzug. Der geht auch nicht, Leute. Der geht auch nicht. Häng in da. Ich brauche nur ein bisschen mehr Zeit. Ja, Rick, du bist gut. Wir haben hier einen T-Rex am Arsch. Wir haben hier einen T-Rex am Arsch. Da brauchst du noch ein bisschen Zeit. Ganz gemütlich, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, ihr seht, Leute. Der Helikopter. Der Helikopter. Oh mein Gott. Da hat der T-Rex echt den Helikopter vom Himmel geholt, ey. Oh Mann. Also das Spiel ist noch nicht vorbei. Okay. So, wo ist der T-Rex? Nächster... Ah! Uiuiui. Okay. Alles klar. Boah, das war knapp. Rick, mach hinne. Mach hinne, Rick. So. Das ist jetzt nämlich einfach nur ein Zeitspiel. Boah, und als Kind hatte ich so Angst vor diesem Viech, ne? Unglaublich. Als Kind hatte ich so eine Angst vor diesem T-Rex. Unglaublich. Ah, schaut mal hier. R6. Das heißt, wir sind auf der anderen Seite. Ja, genau. Rick, jetzt mach mal hinne. Wie lange willst du da noch rumhantieren? Schießen bringt hier nichts. Hallo? Ah, ha! Regina! Na endlich! Wird aber auch Zeit, ey. So, Leute, wir müssen hier weg. Oh mein Gott, das Drecksvieh, ey. Dieses Drecksvieh. Gut. Das heißt, wir müssen noch länger hierbleiben. Verbindungsfahrt Schuldrohr 2. Wir sind verabschiedet. Der Schöpfer ist Geschichte. Wie werden wir hier rauskommen? Ja, wir müssen noch einen anderen Weg finden. Oh, komm, Lothat. Du bist nie so positiv. Ah! Was... Was ist passiert? Hm... Elevator schockt. Wir müssen noch einen anderen Weg finden. Aha. Unter... Außenbereich. Okay, interessant. Ach Leute, es hätte so schön sein können. Wir wären jetzt weg, hätten Kirk und alles, aber Gail wäre halt nicht da. Das wäre schon blöd gewesen. Ja, Storytwist. Wir sind nicht abgehauen. Sondern wir sind jetzt nach wie vor hier und sind gearscht, würde ich mal sagen, weil... Ja, der Hubschrauber ist platt. Okay. Richten wir uns auf eine neue Situation ein. Was kommt jetzt? Was zur... Ach so. Ach ja. Okay. Dann, Leute, wisst ihr was? Oh, habe ich gar nicht mehr. Ah, habe ich gar nicht mehr. Okay. Dann hier, komm. Regina, lauf. Mach die Bieste platt. So. Da rennt noch einer rum. Da rennt noch einer rum. Noch einer. Die kleinen Bieste hier, ey. So. Ha. Genau. Ja, Leute, kleine Kompis hier. Oh mein Gott, ich dachte, der T-Rex, der bricht jetzt hier ein. Der Durchgang ist von Trümmern versperrt. Sieht nicht aus, als würde ich da durchkommen. Dieser scheiß T-Rex. Ich kann mich da nur wiederholen. Ich hasse es. So, okay. Schaut euch das mal an. Wir haben ja auch ein kleines Blutbad veranstaltet, ey. Unangenehmer Bereich hier, ey. Richtig unangenehm. So, da was? Da sind sie wieder rausgekommen, ne? Oh Mann. Leute, gut. Ähm, da ist ein Durchgang. Ah, hier ist noch eine Tür. Da gehe ich erstmal hier rein. Verbindungsfahrstuhl Nummer 1. Ah. Okay. Mehr Veränderungen? Diese ganze Fasilität ist wahrscheinlich zusammen mit Tapen und Blut. Ich denke, ich kann das fixieren, aber es wird Zeit nehmen. Rick, du bist so ein langsamer Arbeiter. Der Parisien Fahrstuhl. Der ist so ein langsamer Arbeiter. Echt. Und wir müssen hier alles ausbaden. Gut, das heißt, wir müssen nochmal zurück irgendwie. Und nochmal in diesen anderen Bereich. Okay. Oh. Unangenehmer Bereich hier, ey. So. Hier war ja noch was, ne? Da ist noch eine Tür. Ja, wie gesagt, Leute. Das war's dann mit dem Finale. Es ist kein Finale. Ihhh. Oh Gott. Da knabbert wieder irgendwas. Okay. Und da ist auch wieder was offen. Regina macht dich bereit für... ...zu schießen. Okay. Und... Schieß. Oh. Noch ein Biest. Hier hinten. So. Noch mehr Kompis. Da kommen noch mehr. Ach. Das hier ist doch kein Dino Crisis 2. Esofide, wie hier rumlaufen. So. Die haben wir aber alle platt gemacht, ey. Oh mein Gott. Boah. Die haben den Typen hier aufgefressen. Schau ich dir den an. Überall Löcherkörper, ey. Krass. Regale zum Lagern von Baumaterialien. Das meiste Material ist auf dem Boden gefallen. Das ist eine Karte. Ausführungspass. Aha. Ohne diese Karte ist der Zugang zu manchen Ebenen verwehrt. Ermöglicht den Zugang zur B3-Ebene vom großen Aufzug im Ausführungsbereich. Okay. B3-Ebene. Ah. Okay. Ach stimmt. Der Kirk, der hat ja irgendwas von untere Ebene und Hafen und so gesagt, ne? Ich stehe neben Betäubung. Ja. Mal mit. Komm. Gibt's hier noch irgendwas zu dem Typ wie was? Womöglich ein Forscher. Er hat einen ganzen Körper bis und mit einer Ozi in der Hand. Mit einer Ozi hat er es nicht geschafft, diese kleinen Mini-Dinos platzumachen oder was? Oh Gott. Das sieht schon heftig aus, ey. Was ist hier? Eine Notiz des Toten. Willst du sie lesen? Ja, lese mal. Wo zur Hölle kamen diese Monster her? Ich bin ihnen entwischt, doch seitdem bin ich hier eingekesselt. Der einzige Weg raus hier führt durch den Hafen auf Ebene B3. Aha. Okay. Da sollte ich ein Boot finden oder etwas, das zum Transport von Forschungsmaterial dient. Das Problem ist, dort heil anzukommen. Ja, der Plan ging leider nicht auf, Kollege. Hey, 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 hey. Wir sind hier echt in einem Schlamm-Massel, ey. Wir wurden sogar beschädigt. Krass, Leute. Aber mehr gibt's hier nicht, ne? Oder gibt's hier noch einen Stecker oder so? Alles klar, Leute. B3, also Hafen. Okay. Verstehe ich. Alles klar. Sonst gibt's hier nichts mehr. Und ich hoffe, dass Rick jetzt bald mal fertig ist hier. Ich will hier raus aus diesem Bereich. Der ist eklig. So. Rick. Hast es geschafft. Verbindungsfahrstuhl Nummer 1. Sehr schön. Okay. Sei nicht so ne Zicke. Let's get moving. So. I think I've found a way out of here. Right on, girl. Let's hear it. Erzähl. Nö, die sagt nix. Auch okay. Ah. Großer Fahrstuhl. Ah, okay. Okay, wir sind hier wieder. Jetzt was? Wir sollten hierher kommen, zu dem Untergrund von hier. Ja. Dann machen wir es. Hör auf. Ich bin über Gail. Unser gefährlichem Liedler. Okay. Let's gehen raus. Was ist eigentlich, ne? Herr Gail? Interessant. Der ist auf einmal verschwunden, ne? Komisch. Großer Fahrstuhl. Oh man. Dieses Drecks Ding. Also ich meine T-Rex. Ah, seht ihr? Da oben war wir schon drin. Und wir fahren weiter runter. Okay. 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 Keine Ahnung, lass Kirk zu mir. Ihr zwei bekommen die Kraft zurück zur Linie und sichern unsere Erhöhungsroute. Roger. Oh ja. Was zur Hölle? Wer hat denn die Batterie so verbogen? Na gut, Leute. Ihr seht, nochmal ein komplett neuer Bereich. Komplett neues Stockwerk B3. Oh Mann. Rick, er scheint mit seiner Arbeit befasst zu sein. Der steht doch nur rum. Regina kommt den dritten in den Arsch. Der steht doch nur rum. Der guckt einfach nur die kaputte Batterie an. Na gut. Ja, Leute. Neuer Bereich hier. Sieht wie eine Art Treibstoff aus. Offenbar wird eine große Menge Energie benötigt, um den Hauptgenerator zu bedienen. Hier gibt es also keinen Strom. Okay, ich verstehe schon, Leute. Gut. Was, was, was? Ah. Okay. Ähm, gut. Du hast nicht hier Container? Treibstoff aus. Ja, okay. Was ist hier? Die Tür lässt sich nicht bedienen, da sie keinen Strom vom Generator erhält. Aha. Kein Strom, also. Okay. Gut. Rick, du bleibst da stehen, ne? Oh Mann. Ja, wir haben hier auch wieder so einen Ausführungsraum, ne? So wie, ähm, oben auch. Oh, Kiste. Was ist das? Oh, geil. Granaten. Ja, ich glaube, die... Jetzt macht das auch Sinn, dass wir da Granaten gekriegt haben. Oh Mann. Okay. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Oh Mann. Etwas außerordentlich Großes ist von der anderen Seite gegen die Wand gestoßen. Es riecht nach Benzin. Möglicherweise war es eine Explosion. Oh Mann. Hier unten ging es also auch ab. Okay, Storage. Gut. Was haben wir hier? Die Tür lässt sich nicht bedienen, da sie keinen Strom vom Generator erhält. Alles klar, wir müssen eine Batterie finden. Okay. Erst mal Batterie, sonst geht hier nix. Das ist stylisch hier. Schaut mal, ein Bildschirm, ein Screen. Hiermit kannst du sofort sehen, auf welcher Ebene sich der Fahrstuhl befindet. Ach, geil. Okay. Voll Hightech hier, ey. Aber, Leute, hier oben ist ja noch eine Tür. Und da können wir rein. Sehr schön. Ah, Hilfsgeneratorraum B3. Nochmal Hilfsgenerator. Was ist das? Das ist eine Anzeige, die den Betriebszustand des Hilfsgenerators anzeigt. Es wird nicht angezeigt, da der Generator nicht läuft. Oh, voll Hightech hier, ey. Schaut euch das mal an. Richtig technologisiert hier. Finde ich gut. Schrank. Öl. Aber den können wir ja verschieben. Nimm irgendwas Radioaktives da oben drauf. Oh Mann. Da ist eine Giste. Und? Null, Null Schrot. Oh mein Gott. Inventar ist voll. Ähm. Betäubung. Mach die Betäubung bitte weg. Ah, verdammt. Ja, mach mit Medizin. M-Plus ist jetzt egal. Ich will die 00 Schrot haben. So. Sehr schön. Oh mein Gott. Schrotpatronen wiederbekommen. Ah. Kennen wir doch irgendwo her, ne? Von den ersten beiden Etagen. Energy System. Da ist ein Schalter. Drücken. Nix. Noch ein bisschen mehr Hightech hier. Okay. Interessant. So, was haben wir hier? Um das Gerät zu bedienen, ist der Schlüssel der Stufe, ist ein Schlüssel der Stufe C oder Höhe. Was? Was? Willst du die Batterie entfernen? Ah. Ja klar. So geht's natürlich auch. Batterie weiß. Okay. Gut. Ja. Leute, dann. Batterie weiß. Rick. Wir haben eine Batterie gefunden. Los. Regina. Raus da. Stufe C. Aha. Interessant. Hallo. Hallo. Hey. Wir haben eine Batterie für dich. Weil du ja so faul bist. Hallo. So. So. Die Batterie sieht schon übel aus, heftig. Ah, gut. Voll Hightech hier, ey. Das ist krass. Ich arbeite an dem Sicherheitssystem. Du, 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 du. Boah, voll Hightech hier. Und der arbeitet wieder an einem Sicherheitssystem und drängt hinten hin. Gut, Leute, wir haben Strom eingeschaltet. Das heißt, wir können ja jetzt eigentlich hier hinten durch, ne. Hier können wir da jetzt durch, oder? Ausführungsbereichsschlüssel wird benötigt. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann gehen wir in einen anderen Raum. Zurück. Boah. Jetzt läuft hier alles, ne. Generator eingeschaltet. Sehr cool. Ah, schaut mal. W3. Stimmt. Geil. Geiler Screen. Im Boden einfach so. Ah, jetzt leuchtet auch die Lampe. Okay. Dann können wir hier rein. Steuerzentrale W3. Ach, wieder eine Steuerzentrale. Oh, ein Safe-Raw. Boah, das passt perfekt, weil die Folge auch voll ist. Sehr gut. Aber den Raum will ich noch erkunden. Noch mehr Schrottpatronen. Geil. Oh, yeah. Rick tippelt da wieder irgendwo rum. Ein Graf, der die Lage der Sicherheitseinsatzsituation zeigt. Uh, okay. Hightech hier. So, Leute, was haben wir hier? Sieht wie eine Notiz ans Personal aus. Willst du sie lesen? Na klar. An Ellen. Der Container im Waffenlager wird nächste Woche vom Hafen aus abtransportiert. Bitte erledigen Sie die Wartungsarbeiten am Kran in dieser Woche. Ich gebe Ihnen den DDK für den Hafen, damit Sie anfangen können. Achten Sie darauf, ihn stets bei sich zu tragen. Aha, es geht also weiter mit DDKs. Guck mal da, guck mal da im Spiegel. Rick. Na gut. Das ist ein Computer Terminal zur Überwachung der Sicherheit in diesem Bereich. Boah, hochtechnologisiert hier. Richtig krass. Oh mein Gott. Was ist das? B3 Kran Karte 2. Offenbar ist sie ausschließlich für diesen Kran. Eine Kran Karte wieder. Oh mein Gott, schaut mal hier. Eine Munikiste. Dieser Notfallbox kann Munition geladen. Drei Stecker. Meine Fosse. Aber da muss das ja gut sein, ne? Pfff. Uh. 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 Hitzegranaten. Das ist geil, Leute. Hitzegranaten. Die machen richtig viel Schaden. Ähm. Nehme ich mit. Sort. Hitzegranaten nehme ich auf jeden Fall mit. Leute. Die brauche ich. Richtig gut. Pfeile S++. Pfeile S++. Die können wir hier rein. So. Gut. Dann haben wir da die Hitzegranaten. Sehr schön, Leute. Oh, wir haben richtig viel Muni. Schaut euch das an. Worauf werden wir hier vorbereitet, ey? Zwölf Granaten. Drei Hitzegranaten. Zehn Schuss Schrot. Nochmal fünf Schuss. Und hier nochmal sieben S&W. Okay. Schon ordentlich. Haben wir noch Stecker? Notfall. Munition. Ein Stecker. Ja, war klar. Vielleicht finden wir hier noch einen. Was ist das hier? Ein Graf, der die Lage der Sicherheitseinsatzsituation zeigt. Alles Sicherheit hier. Okay. Was haben wir hier? Schiebe den Schrank. Ach. Was hab ich euch gesagt? Kommt ja wie gerufen hier. So. Geht bitte an die gelbe Kiste. Guck mal, was da drin ist. Oh. Ah. Sehr schön, Leute. Wiederbeleber. Das ist doch mal mega gut. Mach erstmal für die Medizin S++. Ähm. Wiederbelebung. Pfeile S. Giftpfeile. Sehr schön. Boah. Wir werden hier richtig auf was vorbereitet. Haben wieder drei Giftpfeile. Medizin S++. Wir haben dreimal Medizin. Da haben wir nichts mehr drin. Okay. Wartet mal. War hier hinten noch was drin? Da ist nichts mehr. Da ist noch eine Betäubung. Noch ein Verstärker. Aber nö. Brauche ich nicht, Leute. Haben wir noch einen Platz frei? Einen Platz haben wir noch frei. Dreimal Medizin. Jede Menge Muni. Boah. Wir sind ein lebender Waffenschrank hier. Okay, Leute. Gucken wir mal weiter. Das ist eine Anzeige, die den Energiefluss in diesem Bereich anzeigt. Ah, das ist schon echt cool. Oh, schaut mal, was ist das denn da hin? Krankarte eins. Rick, hi. Okay. Ja, der freut sich darüber, ne? Oh, Kameras, Leute. Schaut mal da. Verschiedene Bereiche da. Uh, interessant. Okay. Der freut sich also über eine Herausforderung, ne? Gut, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, gehen wir beim nächsten Mal hier raus. Wir haben uns ordentlich aufgerüstet. Hehe. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, bis hier weiter geht's. Sehen wir beim nächsten Mal. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen. Lasst uns gerne weiter. Und ja, dann würde ich sagen, würde ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss, tschüss.